Die haben uns verraten, die haben die Brücke gesprengt, die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Starke zeigen. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben, alles, was wir dafür getan haben, es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm, tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich. Es waren doch ihre Worte, oder? Ich sage es, war das nicht so? Just give up, dammit! Wiederkommen, Schickau! Sie sind hier zurück in den Panzerschreiten! Nein! 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 Nein!